Zu welchen Bastelideen wünschst du dir eine Anleitung? Schreib es unten in die Kommentare. Bastelideen, die jeder Bastler kennen muss, der was auf sich hält. Und los geht's! Wie macht man einen Pompon? Dafür brauchst du Wolle, eine Schere, einen Zirkel und Karton. Schritt 1. Stelle die Ringe her. Vorweg nimm einen Karton und falte ihn in der Mitte. Zeichne jetzt mit dem Zirkel einen Kreis von ungefähr 10 cm Durchmesser. Wenn du keinen Zirkel hast, funktioniert es genauso gut mit einer umgedrehten Schale. Zeichne einen kleineren Kreis in den großen Kreis. Benutze dafür die Rolle von einem Klebeband. Pass auf, dass beide Kreise den gleichen Mittelpunkt haben. Aus beiden Kreisen ergibt sich so ein Ring. Schneide alles um den großen Ring weg. Und genauso alles innerhalb des kleinen. Schneide mit der Schere beide Lagen gleichzeitig. Du kannst ja deine Eltern um Hilfe bitten. Und schon hast du zwei Ringe gleicher Größe. Schritt 2. Wickle die Wolle um die Ringe. Schneide ein Stück Wollfaden von ungefähr 4 m Länge ab. Lege es in vier Lagen übereinander. Befestige die Enden der vier Wollfäden an den aufeinanderliegenden Ringen. Umwickle jetzt die Ringe mit der Wolle. Falls es nicht reicht, schneide noch einen Wollfaden ab. Hör mit dem Wickeln auf, wenn du die Fäden nicht mehr durch das Loch bekommst. Schritt 3. Der Pompon Drücke die Fäden so zur Seite, dass du an die zwei Pappringe rankommst. Stecke die Schere zwischen die beiden Ringe. Den Ringen folgend zerschneidest du nun die Wolle. Ziehe zwischen den beiden Ringen mit dem Wollfaden eine Schlinge und zieh sie zu einem festen Knoten zusammen. Zerschneide im Anschluss die Ringe, damit du sie abziehen kannst. Und gleiche jetzt die Wollfäden aus. Schritt 4. Mehrfarbige Pompons Willst du einen bunten Pompon, dann umwickle die Ringe mit mehreren Wollen unterschiedlicher Farbe. Du kannst die verschiedenen farbigen Fäden alle gleichzeitig um die Ringe wickeln. Oder du wickelst die verschiedenen Bereiche der Ringe mit jeweils einer anderen Farbe, um Muster zu erzeugen. Fertig, schöne Pompons. Du kannst sie an deiner Schultasche oder deinem Schlüsselbund festmachen. So bastelst du ein Angelspiel. Dafür brauchst du 3 Holz- oder Plastikstäbe, Schnur, etwas Draht, eine Schüssel, Zeitung, oder Geschenkpapier, ein paar kleine Geschenke und eine Schere. Schritt 1. Die Angelrute Nimm einen Holzstab. Dann schneidest du mit der Schere ungefähr einen Meter Schnur ab. Bitte deine Eltern, für dich oben in den Holzstab eine Kerbe in das Holz zu ritzen. Es geht aber auch ohne Kerbe und solltest du einen Plastikstab genommen haben, brauchst du das natürlich auch nicht. Wickle jetzt das Schnur-Ende um den oberen Teil und mach einen festen Knoten. Schritt 2. Der Angelhaken Für den Angelhaken brauchst du ca. 5 cm Draht. Bitte deine Eltern dir beim Abschneiden zu helfen. Biege den Draht nun in die Form eines Angelhakens. Er sieht ein bisschen aus wie der Buchstabe S. Mach eine kleine Schlinge, Angelhaken einhängen und die Schlinge zu einem festen Knoten zusammenziehen. Mach dasselbe mit den beiden anderen Angelruten. Schritt 3. Die Geschenke Suche mehrere kleine Geschenke für deine Freunde aus. Verpacke die Geschenke mit Geschenkpapier. Du kannst auch Zeitungspapier nehmen. Sieht auch gut aus. Dann umwickelst du jedes Geschenk mit einer Schnur, machst einen Knoten und eine schöne Schleife. Darin kann man dann später prima den Angelhaken einhängen. Schritt 4. Das Angeln Lege die verpackten Geschenke in eine Schüssel. Auf geht's! Das Angelabenteuer kann beginnen. Viel Spaß dabei! Wie stellt man selbst Knetmasse her? Für ungefähr 400 Gramm Knetmasse brauchst du 240 Gramm Mehl, 120 Gramm Salz, 190 Gramm Wasser, Lebensmittelfarbe, einen Esslöffel Pflanzenöl, 10 Gramm Natron oder Speisestärke, eine Salatschüssel, eine Kasserole, einen Messbecher, einen Holzlöffel und eine Frischhaltedose. Schritt 1. Das Mischen der Zutaten Gib Mehl, Salz und Natron in eine Schüssel. Gib dann Wasser, Lebensmittelfarbe und einen Löffel Öl dazu. Verrühre die Masse, bis sie glatt und gleichmäßig ist. Schritt 2. Das Erhitzen Fülle die flüssige Masse in die Kasserole um. Lass dir dabei am besten von deinen Eltern helfen. Nun auf kleiner Flamme 5-10 Minuten lang erhitzen. Die ganze Zeit über langsam rühren. Sobald die Masse nicht mehr am Topf klebt, ist sie fertig. Pass auf, dass du dich nicht verbrennst. Schritt 3. So verwendest du die Knetmasse. Lass die Masse abkühlen, bevor du sie benutzt. Wenn sie immer noch klebt, stelle sie noch einmal auf den Herd. Nur zu, du kannst jetzt damit spielen. Nachdem du mit deiner Knetmasse Spaß hattest, kannst du sie in einer Frischhaltedose im Kühlschrank aufbewahren. Da hält sie mehrere Monate. Mach doch das gleiche noch mit anderer Lebensmittelfarbe. Dann wird's bunter. So machst du einen Origami-Hund. Dafür brauchst du Quadratisches Papier, eine Schere, Filzstifte und Klebepunkte. Wähle zunächst ein Papier mit unterschiedlicher Farbe auf der Vorder- und Rückseite. Falte nun das Blatt in der Mitte. Wiederhole das Ganze in die andere Richtung. Knicke jetzt den rechten, oberen Blattzipfel in die Blattmitte. Wiederhole das mit links oben. Falte die rechte, obere Ecke nach außen. Das selbe machst du auf der linken Seite. Falte jetzt den rechten Blattzipfel nach außen. Wiederhole das auf der linken Seite. Schiebe nun deinen Finger unter den rechten Falz. Das nun entstehende Dach presst du mit deinen Fingern nach oben zusammen. Mach das selbe auf der anderen Seite. Prima! Jetzt wendest du deine Figur. Knicke die rechte Ecke den Mittelfalz entlang nach hinten. Wiederhole das Ganze mit der linken Ecke. Schlage nun die untere rechte Spitze nach oben um. Das gleiche machst du auf der anderen Seite. Jetzt faltest du die rechte, untere Ecke den Mittelfalz entlang nach innen. Danach machst du das gleiche auf der linken Seite. Falte die Figur in der Mitte zusammen. Die Spitze knickst du nach links. Öffne den Falz und fahre mit deinem Finger hindurch. Schlage die äußeren Enden des Falzes nach außen. Die Spitze kommt wieder nach unten. Falte sie jetzt nach innen. und biege sie dann wieder ganz nach hinten. Jetzt knickst du die untere Spitze. Schlage sie nach außen um. Nimm Klebepunkte und Filzstifte und gestalte damit Augen, Ohren und die Schnauze deines Hundes. Fertig! Das hast du richtig gut gemacht! Bis dann! Dann, tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020